Clamshell Side Plank. Ihr geht in die Side Plank Position, unter auf dem Boden, die Knie habt ihr leicht gebeugt, ihr legt komplett ab. Also Hüfte ist auf dem Boden, Knie ist auf dem Boden, dann findet ihr euren Stack, Rippen schließen, Becken aufrichten und jetzt drückt ihr euch über das untere Knie nach oben und hebt dann das obere Bein in eine Abduktion. Wichtig dabei, ihr legt euch nach jeder Wiederholung komplett ab, also der Hintern geht komplett runter auf den Boden und dann quasi von dem toten Punkt aus wieder über das untere Knie nach oben drücken. Sehr gut.